oh 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 hasta la vista baby so da sind wir und starten auch gleich wieder hier rein ich habe hier noch gesehen hier liegt noch ein arm nice very nice und scheiße wir gehen jetzt ins treppenhaus holy moly fucking shit okay ja haben wir ja gemacht warte mal konnten wir es gerade umgehen ich gucke mal ob jetzt noch ein gegner kommen würde oder jetzt würde der vielleicht aufstehen mag es ja nicht ich baller den schilder weg ich schwörs nee okay das hätte ich aber nicht erwartet ne bei sowas hätte ich gedacht er steht 100 pro auf okay wir haben die axt okay nein mit schmackes okay mit beiden händen oder was okay 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 alles sauber wohin runter runter eigentlich wieder logisch ich gehe aber mal aus neugier hoch noch eine waffe ach so warte mal stimmt wir können die waffen hier ist es passiert mit den polizisten glaube ich die waffen können wir ja so in unser rucksack packen was ist das hier eigentlich jetzt letztendlich eine münze brauchen wir da nicht okay wir packen mal kurz die rein alter nice nein nicht die axt muni haben wir hier noch muni ach nee da ist gar keine drin hier okay das ist auch die einzigste muni nice jetzt machen wir hier einen auf swat einheit okay da ist jemand wir sind bereit für alles jetzt ist die frage sind wir da durchschießen oder darauf scheißen hey ach du scheiße da ist also mich wundert gerade schon dass wir auf keine treffen die jetzt uns angreifen die sind alle kaputt Ach du Scheiße. Nicht dein Ernst. Wir haben nicht genug Munition? Mein Freund. Glaub mir, wir haben genug. Jetzt soll ich langsam laufen? Wie soll ich das denn jetzt machen? Crouchen, ja. Wäre gut, ja. Okay. Sind die abgelenkt? Alter, ohne Scheiße. Ich soll jetzt da langlaufen? Okay, warte. Wir nehmen die Schrot. Weil wenn wir dann jemanden wegfetzen, dann aber auch richtig. Ach du Scheiße. Sind die jetzt abgelenkt? Ich habe mega Schiss, Leute. Wenn ihr hier drin seid, dann hat man... Dann hat man halt Schiss. Ich kann verstehen, dass man beim Zuschauen nicht so Schiss hat. Wenn du einfach neben den Dingern stehst und du denkst, die stehen gleich auf. Ach du Scheiße, ey. Ist das auch schon ein Leichensack? Okay, ich glaube... Ey, nice. Die sind echt abgelenkt beim Fressen. Oh, fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Taschenlampe würde ich jetzt auch gar nicht anmachen, wahrscheinlich. Ich frage mich gerade, wo ich hin soll. Ach nee, wir müssen da hin. Okay, da war ja der Schäferhund. Mit seinen Würmen... Würmern im Arsch. Nein, die kommen jetzt. Ach du Scheiße. Aus dem Weg, verdammt nochmal. Wow. Ich habe keine Money. Holy shit. Ah, da sind sie. Hört er? Hier sind sie. Alter, das waren ja mindestens sechs, sieben Stück. Okay, wir haben schon wieder voll. Okay, also das Spiel ist anscheinend so gnädigt, dass uns das Spiel sagt, komm, ich lade mal für dich auf. Danke, Spiel. Oh, da sind noch mehr. Wir wurden aber noch nicht verletzt, ne? Okay. Man muss sich echt merken, mit den Schüssen. Jetzt haben wir noch fünf danach. Ah, da ist wieder die Waffe. Sehr gut. Das Vieh lebt. Das Vieh lebt. Ich hau dich nieder, Alter. Steh mal auf. Trau dich aufzustehen. Steh auf. Los, genau. 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 Okay. So, gucken wir uns die an. Haben wir dafür auch was? Nee, dafür haben wir nicht. Die andere war aber nice, war mit dem Licht auch vor allem. Ich habe gar nicht geguckt. Ach, hier ist gar kein Griff. Oh! Hey, na? Ich habe eine Nachricht. Birch! Okay. Okay, ey, sorry! Ey, es tut mir leid, es war nicht meine Absicht, okay? Hallo, es war wirklich nicht meine Absicht. Tut mir leid. Tut mir leid! Du auch? Wichser! Oh! Okay! Eine habe ich für dich! Komm her! Nein! Ach du Scheiße! Okay, ey, Scheiße, mein Handy, ey! Nein! Ey, hör mal auf jetzt hier! Bam! Alter, das Handy, okay. Huh! Was ist los? Wer ist das? Anonym! Was für ein Penner! Irgendjemand hat uns einfach angerufen. Ja, erstmal gucken, ob unser Kumpel was hatte. Ja, okay, bei so einer Situation. Oh! Kohle! Tut mir leid, Kumpel. Ich muss dich leider abziehen. Danke. Ich bin mal gespannt, wofür wir das nehmen können. Können wir nicht. So, gucken wir jetzt mal weiter. Okay, hier haben wir alles. Da können wir auch noch was suchen. Oh! Oh! Aber hier. Schon wieder Medizin. Es sieht aus, wie ich eine Fuse öffne. Ach, das sind die Dinger. Okay. Waren da nicht noch mehr? Da waren ja noch mehr als nur noch einer. Oder brauchen die die gleiche Farbe? Ich nehme jetzt einfach den hier. Vielleicht vor sich selber, wenn man nicht alle findet. Keine Ahnung. Ach ne, okay, man muss schon richtige Farmen nehmen anscheinend irgendwie. Also Funktion nuckelt nicht. Ach ne, ich glaube wir müssen die doch in die anderen auch. Ach ne, wir probieren es einfach. Man kann ja nur lernen und jemand versucht. Hä? Okay. Und jetzt? Ach so, da hinten ist so ein Hebel, sehe ich ja jetzt erst. Okay. Okay. Wow. Alles klar. Äh, mein Mikro gerade gerührt. Was? Helikopter. Hey, ich brauche Hilfe hier. Hallo. Ich brauche hier unten Hilfe. Scheiße. Scheiße. Es hat die ganze Stadt erwischt. Fuck. Wie kommen wir hier runter? Warte mal. Ernsthaft, wir kommen wieder runter. Nee, wir müssen da hoch, sehe ich ja jetzt erst. Warte, jetzt mal gucken. Ein Polizist hat doch immer Muni bei, oder? Scheint nicht. Oh, ach so. Müssen wir das jetzt echt so machen? Cool. Wirklich? Geil. Nice. Ey, das finde ich geil. Cool. Und du kannst selbst entscheiden, wie schnell. Ach. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hey Kumpel. Na? genesen. Hasta la vista. Baby. Der springte Köpfle. Zack Okay, hier haben wir auch noch eine geile Waffe Oh, schon wieder ein Handy Ja, kleinen Moment Unsere Frau Ja Nein Oha Ey, hört auf zu reden Oha Guck mal, wie lange die reden Und die greifen da an Ja, ist gut Ein Mann muss halt tun, was ein Mann tun muss Und jetzt macht sich auf was gefasst Oh Oh Okay Da haben wir jetzt auch unsere Erfahrung mit gemacht Okay Keine Sorge, Baby Ich passe auf euch auf Für dich und das Kind Ähm Wenn ich ein Waffenexperte wäre Nochmal Für dich und das Kind Scheiße Lass uns Einzelschuss machen Einzelschuss lieber Da ist unsere Frau Mit unserem Baby Oh Gott, ey Stell dir mal vor Wir werden jetzt zuschauen Wie sie denn da gefressen wird Auf einmal, ja Baby Schatz Verdammt nochmal Wir müssen sie beschützen Ich schwöre, ich nehme das Ding mit Obwohl Wir haben hier aber noch ein geiles Sturmgewehr Ähm Nice Dankeschön Okay Wie sind wir jetzt hierhin Fuck Scheiße Ich habe auch noch vergessen nachzuladen Bei dir hier Nein 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 Scheiße Okay Alles klar Wir haben nichts mehr davon Sonst Fuck Nachgeladen hatten wir schon Dann nehmen wir jetzt doch Vorsicht selber Die hier noch mit Ja Und die Axt Ja, Spiel Ich weiß Die Axt ist toll Alter So Wofür brauchen wir das Geld eigentlich Frage ich mich auch Alter, nicht schon wieder Ja Okay, wir kommen zu unserer Waffe Alles gut Da ist sie Also Schrote haben wir nicht mehr viel Okay Fuck 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 Okay Wir gucken hier nochmal um Scheiße ey Wir müssen echt hier raus Da hinten ist einer Guck mal Guck mal Deshalb gucke ich mich immer um Die kommen jetzt einfach Angeschlichen Die Säure Nice Wie nice Komm, wir brauchen die Medizin Verdammt nochmal Hey, du Penner Na, hier bin ich Du Mist Du Mistratte Herzlich willkommen bei The Walking Dead Oh nein Unsere Frau Ihr Penner Ihr Penner Ich hasse euch Warum seid ihr entstanden? Das finde ich ja Das finde ich ja Alter, bist du für Arschen? Kommt her Kommt her Ich hab Angst Ich hab genug für euch alle da Glaub mir Okay Okay, für ganz alle Vielleicht denn doch nicht Fuck Fucking Mistviecher Ja, hole mal so viel rum wie du willst Oh, fuck ey Da kommen wieder welche Oh, Alter Und die rennen auch noch Na, wollt ihr schön was mit Schmackes? Komm her, komm her Ach nee, die hat der Null Okay, ich glaub so langsam Hier kommen unendlich Wollt ihr mich verarschen? Ich glaub langsam Wirklich hier kommen unendlich Fuck, fuck, fuck Unsere Frau Da kommen immer mehr Ich will zu meiner Familie Wofür bräuchte ich das Geld eigentlich? Scheiße Scheiße Jetzt hab ich hier alles Ihr regt mich so auf Ihr bist Viecher Komm her Komm her Ja, kommt her Was? Na? Na? Alter, okay Hier kommt wirklich unendlich Kann ich meine Ruhmene Buffer aufladen? Nachladen What the fuck, ey Oh nein, Hupe Mäh, mäh, mäh Unsere Frau Ida ist die U-Bahn Was? Honey? Da drüben ist sie Ja, gleich Schatz Ach, da ist Sicherheitszone Hey, Schatz Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr uns helfen, Leute? Könnt ihr uns helfen, verdammt nochmal? Die stehen einfach nur da und helfen Oh Fuck 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 Und ihr solltet euch beeilen Was? Was? Wie winkt er Was wirklich jetzt? Wir müssen wirklich einen anderen Weg jetzt hin Geil Okay, Schatz, weiter Komm Bleib hinter mir Bleib dicht hinter mir Ja, warte Mann Toll Danke Alter Wollt ihr mich gerade rollen? Ich muss zu gedrückt halten Ey, Frau Steht mir nicht im Weg Kann ich sehen Was macht ihr denn hier? Frau Geh weiter Genau Entdeckung Jetzt bin ich aber Rambo Jetzt bin ich Rambo Deckung Deckung, Schatz Ih, das ist ein Renner Oh, Scheiße Ist schon heiß F**k 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 Okay, da will uns einer helfen Was? Ich hab keine Muni mehr? Verdammte Scheiße Ja Wir haben gar keine Muni mehr Schatz Bleib ganz dicht hinter mir Ja 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 Bleib hinter mir Dich hinter mir Das war meine Frau Ich hab meine Frau erschlagen Scheiße Okay, komm 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 Wir haben nichts Können wir runtergehen? Ja, komm Schatz, kommst du auch? Ja Musik Oh ja, Freunde. Alter, aber was für eine Arschaktion war. Wahrscheinlich, weil wir kontaminiert waren. Sind wir da am Tor und der Soldat sagt, hey, ihr könnt hier nicht rein. Nee, geht nicht. Und dann winkt er so. Tschüss. Viel Spaß. Ihr seid jetzt auf euch alleine gestellt. Ja, krass. Oh Mann, da muss ich noch sagen, auch die Axt, weil die so lang gezogen ist, hatte ich immer deshalb Probleme, dass ich außerdem die Axt gegriffen habe, obwohl ich einfach die Munition aufheben wollte oder auch von unten. Ja, und ansonsten hatte ich mit den Waffen, habe ich halt Probleme gehabt wegen Munition. Ich hatte einfach vorher, würde ich gerne testen, ob da unendlich Zombies kommen oder ob die irgendwann wirklich erstmal weg sind. Und dann wollte ich die erstmal alle töten und dann, um dann ins nächste Ziel zu gehen, also in die zur nächsten Zielmission. Aber da habe ich erstmal gecheckt, scheiße, hier kommen unendlich Zombies. Ja, dadurch schon die Waffen verloren, aber wir haben es auch noch gut geschafft. Oh ja, dann bin ich gespannt aufs zweite Kapitel, Freunde. Und ich würde sagen, dort werden wir uns dann wiedersehen. Ja, macht's auf jeden Fall gut. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das alles gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und natürlich auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Ja, dann verabschiede ich mich und sage, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bye.